Hallo Leute, hier ist der Umweltmensch und hiermit starte ich ein Projekt, in dem ich euch zeigen will, wie viel Müll achtlos in den Wald geworfen wird. Ich werde jeden Tag einen Stoffbeule voll sammeln und ihn in einen öffentlichen Mülleimer entsorgen. Wenn ihr gut findet, was ich mache und ihr mich motivieren wollt und unterstützen, dann lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke und einen Daumen hoch. Und los geht's Leute! Nichts, die sind es! Glocken zu einem Abfall. Soh- Genau, ich bin ein Spiderschiff. Ich habe auch gut, dass ich über 20 Jahre alt bin. 16 Jahre, in den Fischquits gekommen bin. Ich bin eine Bedeutung der Lange. Ich bin ein Bedeutung des Glocke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis morgen!